Ich habe einen Überraschungskauf getätigt und zwar handelt es sich um eine Aktie, die ich schon länger auf der Watchlist habe, die wir allerdings noch nicht besprochen haben. Warum ich diese Aktie gekauft habe, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu meinem Live-Investment-Projekt, bei dem es um das langfristige Investieren in Dividendenaktien und ETFs geht und ich euch meine Anlagestrategie vorstelle. Jeden Montag um 18 Uhr gibt es hier ein neues Video, also abonniere am besten jetzt den Kanal und aktiviere auch gleich die Glocke, um kein neues Video mehr zu verpassen. Gekauft habe ich 3M schon in der letzten Woche und zwar am Donnerstag, dem 3.8.2023, 10 Stück zu einem Preis von 98,73 Euro. Diese Aktie ist in meinen Fokus gerückt, weil sie deutlich zurückgekommen ist und besonders schadtechnisch ein Kauf für mich somit interessant war. Bevor wir uns diese Aktie genauer anschauen, noch ein kleiner Hinweis oder Disclaimer. Beachtet bitte, dass ihr immer nur eine Momentaufnahme meines Depots seht. Ich plane jedoch bereits viele Jahre im Voraus und ich weiß jetzt schon ungefähr, wie mein Depot in circa 5 Jahren strukturiert sein wird. Dementsprechend viel Kapital plane ich auch die nächsten Jahre zu investieren. Eine Aktie, die ich heute mit kleinem Volumen kaufe, hat in vielen Jahren nur einen minimalen Anteil am Depot, wenn sie sich nicht entsprechend entwickelt. Jetzt habe ich zum Beispiel 3M gekauft und werde sie auch weiter nachkaufen, wenn ich a. einen guten Einstieg bekomme und b. sie weiterhin die meisten meiner Punkte erfüllt. Aber dann natürlich auch nur im Rahmen meiner Zielgewichtung in diesem Jahr. Gut, schauen wir uns die Aktie dann etwas genauer an. 3M ist die letzten Monate in eine Krise geraten, was medial auch entsprechend verarbeitet wurde durch die Chemikalie bzw. durch den Industriestoff Fass. Fass ist im weltweiten Einsatz und ein Grundstoff im Industriebereich für die verschiedensten Produkte wie Dichtung, Gummis oder auch andere chemische Produkte. In Verbindung mit Fass gab es einen Skandal bei 3M, dass zum einen die Produktion nicht umweltgerecht erfolgte und dass zum anderen die Verwendung von Fass umweltschädlich ist. 3M zahlt im Rahmen dieses Skandals eine Entschädigung in Milliardenhöhe und sie haben entschieden bzw. die Unternehmensleitung hat entschieden, aus der Produktion von Fass bis zum Jahr 2025 auszusteigen. Das Unternehmen steckt also in einer Krise, was sie für mich besonders interessant macht für den antizyklischen Einstieg. Wenn du wissen möchtest, wann ich eine Aktie kaufe, dann empfehle ich dir mein Video, das ich dir oben auf dem i verlinkt habe. Schauen wir uns dann erst einmal die Zahlen an und dann sehen wir, dass gerade der Fall der Entschädigung sich schon wirksam gezeigt hat in den letzten Zahlen aus dem letzten Quartal. Was dann natürlich auch das Ergebnis ein wenig verhagelt, so haben wir ein operatives Ergebnis von knapp minus 9 Milliarden US-Dollar. Und auch der Ausstieg aus der Fassproduktion wird sich sehr wahrscheinlich auch noch die nächsten anderthalb bis zwei Jahre negativ auswirken. Strategisch ist es aus meiner Sicht jedoch sinnvoll, jetzt in dieser Aktie so langsam einzusteigen, denn überwundene Krisen und gelöste Probleme können sich eben zukünftig nicht mehr negativ auswirken. Somit sehe ich die aktuell schlechten Zahlen eher als temporären Effekt, der sich natürlich noch bis 2025 auswirken kann, sich aber trotzdem nach und nach abmildern sollte. Daher ist es sinnvoller, auf die etwas älteren Zahlen zu schauen und blicken wir jetzt hier drauf, was bis 2022 das Unternehmen so geliefert hat an Zahlen. So sehen wir, dass 3M ein sehr solides Unternehmen ist. Zwar ist es jetzt nicht mehr megamäßig gewachsen über die letzten Jahre, es weist aber trotzdem eine leicht positive Tendenz auf. Die Nettogewinnmarge ist mit knapp 16% okay, aber die Rentabilität ist insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Spannend für mich für Einkauf ist jetzt jedoch die aktuell sehr hohe Dividendenrendite, die natürlich aus dem starken Kursrückgang resultiert. Und hier haben wir jetzt mit der nächsten Dividende ungefähr eine Dividendenrendite, die wir erwarten können von Brutto von 6%. Zwar wird die Dividendensteigerungsrate die kommenden Jahre nicht mehr allzu groß sein, was aber vollkommen okay ist, dadurch, dass ich jetzt eine überdurchschnittliche Dividendenrendite direkt am Anfang erhalte. Die Dividendensteigerungsrate ist jetzt auch deutlich schon zurückgekommen über die letzten Jahre und solange 3M ihre Dividenden, wenn auch nur so minimal, weiter stetig steigert, dann ist das in der aktuellen Phase des Unternehmens wirklich schon sehr, sehr gut. Und auch eine temporäre Dividendenkürzung wäre auch noch vertretbar, wenn sie für die Entwicklung des Unternehmens genutzt wird, sodass zukünftige Krisen vermieden werden. Komme ich nun zum spannenden Teil und zwar zur Chartanalyse, was mich eigentlich jetzt auch zu dem Kauf bewogen hat. Und zwar haben wir jetzt hier zwei Punkte. Zum einen hat die 3M Aktie jetzt einen wichtigen Unterstützungsbereich erreicht, den ich dir hier einmal ganz kurz mit einzeichne. Und zwar ist es der Unterstützungsbereich um die 100 US-Dollar. Von hier gab es jetzt eine erste Reaktion. Das hier ist übrigens der Monatschart. Und hier an dieser 100 US-Dollar Marke, an diesem größeren Unterstützungsbereich, gab es jetzt schon eine erste Reaktion. Und wenn ich den Chart jetzt mal ein bisschen größer aufstelle, dann war das Einstiegssignal für mich an dieser Stelle hier in dieser Monatsschlusskurs. Und der Juli konnte den Monat Mai per Schlusskurs, also auf Schlusskursbasis überwinden. Schauen wir uns die Chartstruktur an. Und das hier sind jetzt einzelne Monatskerzen. Dann sehen wir, dass wir hier eine intakte Abwärtsstruktur haben. Wer mich aus meinem Live-Trading kennt, der kennt auch dieses Spiel im Detail. Weil im Prinzip ist es genau das, was ich auch im Day-Trading beispielsweise anwende, dass ich sehr genau auf die Struktur achte. Hier haben wir jetzt mit dem höheren Monatsschlusskurs, rein aus charttechnischer Sicht, schon einmal ein erstes Indiz dafür, dass die aktuelle Abwärtsbewegung, wenn auch nur temporär, erstmal zu Ende sein könnte. Und dass wir hier vielleicht eine erste technische Gegenbewegung sehen. Sollte die Krise von 3M zügig überwunden werden, dann dürfte dies ja auch ein guter Ausgangspunkt sein für eine erneute Erholung, die vielleicht zu einer mittelfristigen Trendwende führt. Wichtig ist, wir stehen jetzt hier ganz am Anfang. Und das, was wir hier charttechnisch sehen, ist nur ein erstes Indiz für eine mögliche kleinere Erholung. Zudem hat sich der Trend hier schon aufgelöst auf der Oberseite durch den Bruch dieser abwärts verlaufenden Trendlinie. Rein strukturell, das geht jetzt schon ziemlich weit ins Detail, haben wir hier zwar noch einen intakten Abwärtstrend. Und daraus kann durchaus noch mehr werden. Aber die ersten Signale stehen schon mal moderat auf Long. Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass wir hier auch wirklich einen Trendbruch bekommen. Übergeordnet, denke ich mal, brauche ich auch nicht allzu viel zu sagen. Hier haben wir einen großen Abwärtstrend. Und wirklich auf Long dreht die Aktie jetzt im ganz, ganz großen Bild, wenn wir jetzt hier oben den Bereich um 200 US-Dollar überschreiten. Mehr gibt es charttechnisch auch nicht zu sagen. Somit komme ich jetzt zu einem kurzen Fazit dieser Aktie. 3M ist ein Unternehmen, das aktuell in der Krise steckt. Die Einigung über die Schadensersatzzahlung, die schon in den Kennzahlen wirksam wird und auch der perspektivische Ausstieg aus der Fassproduktion zeigt, dass 3M sich umstrukturiert, um sich zukunftsorientiert aufzustellen. 3M hat zudem ein erstes charttechnisches Signal für einen Teilkauf geliefert, was den jetzigen Einstiegszeitpunkt für mich günstig macht. Die negativen Effekte werden sich womöglich noch etwas länger auswirken und sollte die Aktie weiter fallen und sollte sich an meiner Einschätzung nichts ändern, dann bleibt sie definitiv ein Kandidat für mich, um weiter nachzukaufen. Hat euch dieses Video gefallen, dann schaut auch in meine anderen Videos rein. Kommende Woche steht dann auch schon wieder ein Livestream an, dann hoffentlich auch wieder um 17 Uhr. Ich wünsche euch weiterhin fette Dividenden und wir sehen uns dann hoffentlich im kommenden Livestream.